Hallihallo, Hallöchen, dieses Mal bin ich allein und auch wieder in einem normalen Spiel, äh, Ranked-Owner. Eine Unterstützung, auf die ich mich verlassen kann. Ist, äh, grad noch nicht so mein... Naja. Habe ich mich mal wieder als Jug versuchen sollen? Hm. Vielleicht... Ach, Gott, Alter. Es gibt so Leute, die versteht man einfach nicht. Die kann man einfach gar nicht verstehen. Äh, wirklich jetzt. Äh... Gut. Abol. Um... Es gibt Leute, die gibt es nicht, die sagen die ganze Zeit. Die sagen hier die ganze Zeit von wegen, ich mag dich nicht, äh, 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 und dann, äh, ja, stellen die irgendwelche komischen Fragen oder sonst was, genauso blöd wie die hier. Ja, ja, ja. Ich... 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 Zwei... So, dann nehme ich nicht den... Nehme ich mir lieber eine Mango, um dorthin zu kriegen. Initiativator-Durable-Carry... Heeeeeeeeh... Was sagt doch, wenn ihr einen Carry habt... Dann hätte ich Chuck gespielt. Das krieg ich auch hin. Nein... Mal gucken... So ein... So ein Blödsinn... Einmal natürlich... Shit OD... Death is my bitch. G.K.Mid. Okay. Okay, guck ich mir mein Skillbild an. Ich weiß nicht, das ist... ...Jungelbild. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das... ...Standard. Den... Ich mein, den Guide hätt ich auch noch... ...selbst gemacht, genau. Wenn ich der Raid... ...Fireblast... ...gelb, nix. Audi. Hoffentlich jagen die den Moment. Oder auch nicht. Okay. ...Dragon Knight, der nicht weiß, wie man gegen Audi spielt. Vermutlich. Ach! Fuck. Turntime. Ist gut. Gewordet. Okay. 60 FPS. Das müsste eigentlich reichen, aber es sieht so stockend aus am Anfang. ... ... ... ... ... ... Ich bin immer noch mein Bestes. Dang. Ich will in meinen Jungle zurück. Da werde ich wenigstens in Ruhe gelassen. Lien. Lien. Wir haben doppelt einen Stun, aber keinen... ...entsprechenden Schaden. Blöder Missgeburt. Und der natürlich zurück. Dang. Ich kann ja den ein bisschen weghalten. Das wäre eigentlich mal ganz nett, wenn ich mich die ganze Zeit Sorgen machen müsse, dass ich gleich eine drauf bekomme. Das wird mir auch helfen. Shit. Aber sie scheinen gerade... Ah, fuck dir, ist Runen sammeln. Ah, Mann. Runen wird wahrscheinlich nicht mehr existieren. Ne, ah, im Ernst jetzt? Gut. Gut. Well done, was ich nicht mehr angekommen? Gut. Oh, mein Gott! Ich gebe dir eine Chance für dich. Ich gebe dir eine Chance für dich. Herr Geist. Ich hole meine Güter. Ich rausge least! Oh Gott, das ist heller. Oh Gott. Ah, jetzt brauche ich auch noch eine Mango. Ach, shit. Ach, shit. Nicht gut. Nicht gut. Okay, Thunderclub. Das Problem ist, ich bin immer noch Level 2. So ärgerlich, so ärgerlich. Das ist einfach das Problem mit Ogre Maja, wenn der da ist. Ich meine, mit nix würde ich ja noch klarkommen. Das bisschen... Uh... Did you notice, they're attacking your bottom tower? If the beacon goes up. Uh... Oh. 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 Dang it. Shit, 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 shit. Spiritist, der spammt gar nicht so viel. Fuck off. Wer war das denn? Oh, das ist ja echt Ogre. Hm. Ich glaube kaum, dass er allzu lange noch überleben wird. Der weggeist. The wrath of Orinor. Fark! They're trying to break your middle tower! Dang it... ...as you advise. Das ist so unglaublich. Ich habe gerade mal meine Boots gekauft. Und ein Magic Wand. Und Ogre Major ist da an Level 5. Deine Top-Tower ist unter Attack. Es gibt Räder von mir. Frustrate dich. Du bist in meiner Position. Die Fehlens-Mid-Tower ist hoch. Ein weiteres Blutwerk ist dein Ehemann. Ist das nicht schlecht? Das Problem ist aber, ich komme an nichts ran. Ich bin nicht mal Level 5. Es gibt ein Rathen in euch. Juhu-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh. Ich bin immer bei meinen Besten. Ich bin immer auf die Besten. Ist das jetzt euer Ernst? Wo ist überhaupt Laien? Warum ist der schon wieder tot? Ist doch unglaublich hier. Ich meine, ich konnte ihm einiges zusetzen, aber... Okay. Jetzt hat er Vendetta arm gezündet. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Dang it! Dang it! Fuck off! Das ist doch nicht die Möglichkeit! Dieser gottverdammte Shit zu... Wer ist in charge hier? Questionable. Ich werde es für die Treibung. Entschuldigung! Ich bin dein König! Ich bin dein König! Du bist in meine Präsenz! Du bist der König von seinem eigenen Wettbewerb! Ich bin dein König! Ich bin dein König. Leider! Ich bin dein König! Lass mich dir dicte! Ich bin dein König! Your middle tower is under attack. The Red King reigns again. Mein Gott, der ist Level 10 und ich bin Level 7. Because I get no fucking farm, I'm Level 7 and Nyx is Level 10, so what? Oh, it's my fault that my support can't support me. Oh, it's my fault that my support can't support me. So what if I swagger? You are in my presence. Shit. Endlich. Endlich. Hat lang genug gedauert. Endlich. 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 Yeah. Undyne. Yung, yung, yung. Das war mir viel zu knapp. Oh. Kommt da wer? Vermutlich nicht. So, jetzt sind wir alle hier für Orga. Ein Blink wäre schon schön. Dein Blink wäre unter Attacken. Hey, Pesset. Oh. Ich darf noch nicht zu viel verschwenden davon. Oh, wen haben sie da? Keeper? Kriegt er den? Keine Ahnung. Oh, Glück gehabt. Nein, das war Pech. Ah, dang it. Dang it. Er verschwindet gleich. Oder so. Nervensäge. Ist er am Tower dran? Ja. Oh. Are we going to? Auf we go. By any measure. They're trying to break your middle tower. Who dare? Hm. So, hoffen wir doch mal, dass drei unten sind und mir keiner auf den Sack geht. Komm schon. Komm schon. Okay. Komm schon. Ich hätte direkt wegblinken sollen. Das wäre... Na, das wäre das Richtige gewesen. Hätte ich reinblinken können noch mit Skeletten? Wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber ich hatte natürlich erst mal keine. Nein. Ach, Mann! Ich hätte blinken sollen. Fuck, Mann! Das war's. 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 Unglaublich. Unglaublich. Das war's. 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 Okay. Thanks. Das ist doch unglaublich. Das war zu lange da. So, wenn sie jetzt mal nichts bekommen könnten. Oh, Radiance ist eigentlich das Falsche. Radiance ist das Falsche. Meine Boot sollte ich auch nochmal reintun. Komm schon, brauch doch nur ein paar Hieber. Einer noch, komm. Genau deswegen. Und Mix ist raus, interessant. Vermutlich nix mit nix an sich zu tun. Eher mit seiner Leitung, aber... Haben sie das Skelette doch schon wieder gebracht. Na, also... Oh, 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 meine eigenen Skelette blockieren mich. Geht man! Ah, ha, 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 ha. Da ist ne Wave, okay, gut. Genau das, was ich jetzt brauche. Und ohne nix haben sie auch gar nicht mehr so viel zu lachen. Hm. Das ist gut. Das ist noch viel besser, weil ich jetzt eventuell meine zwölf Skelette zusammenbekomme. Na ja, zehn sollten auch für einen Push reichen. Hm. Kann ich mitleben. So. Ist mein Mana halt ein bisschen down gerade. Warum nicht? Oh, sie rennen durch die Base. Das ist auch interessant. Wunderbar. Wunderbar. Wollen wir. Ich habe allerdings erstmal nicht genug, um zu stunnen. Wunderbar. Ah. Meine eigene Skelettarmee blockiert mich. Oh, da ist gar nichts. Uh, sie gehen hier hoch. Oh, shoot. Ah, scheiße. Nur zwei? Im Ernst? Wunderbar. 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 Wo wollen die denn hin? Wunderbar. Okay. Wunderbar. Ah, double click. Meine arme Skelettarmee. Da sind Wards manchmal echt ein bisschen bödelig. So muss das gehen. So muss das gehen. Okay. Oh, nein. Ist wieder dabei. Okay. Das war ein bisschen von Fasour. Skelett-Zeit. Bisschen wenig Mana, aber sollte ja kein Problem sein. Oh, 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 nope. Nope. Wird zurückgesendet? Oh, das war... Okay. Okay. Hm. Da war's er dann. Und, um... Ich würde nicht drauf wetten, dass die wirklich irgendwo da sehr erfolgreich sind, was den Push angeht, weil die viel zu krillhungerig sind. Radiance of Brew, okay. Hm. Holy shit. Ich bin immer an meinem Platz. So. Zwölf Skelette mit ein bisschen Extra-Damage. Wir sind in einem Moment. Wir sind in meinem Platz. Frustrate yourself. Ah, shit. What the fuck? Wie ist die... Wie ist die verschwunden? Hat er die gecallt? Also irgendwas ist da merkwürdig. Irgendwas ist da merkwürdig. Die ist mir jetzt schon zweimal einfach so verschwunden. Das... Irgendwas stimmt da nicht. 200. 200. Oh ja. 200. 200. Für meine Tau! So... Ha 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 ha? Es war einer gewesen, ja da ist einer gewesen. Drago'n Knight. Nix hat das Spiel aufgegeben. Bin ich so passend da reingezappt. Nix hat schon wieder aufgegeben. Ich krieg immer noch ein Gegenstand durch ein Chorea. Fuck man, ist das jetzt dein Ernst? Okay, durch die Backdoor, okay, okay. Ich krieg immer noch ein Chorea. Ähm. Bitte? Ich sterbe mit 260 Mana auf der Bank. Bei einer Fähigkeit, die 160 kostet und mich eigentlich wiederbeleben soll. Ja, genau. Und was war da jetzt der Plan? Oder hat ein Mandetta mich... Klarkeit... Mana hat mir nur drei zugefügt. Bonus-Schaden. Und wo ist bitte Silence? Wo ist bitte die Silence, dass ich nicht wieder einsteigen kann? Ich könnte kotzen. Irgendwas ist doch da faul. Okay. Hälfte von Mana verbraten für einen Push. Okay. Wenn er meint. Ah ja. Mit Barracks sind gefallen, aber... Genau. Ist irgendwas komisches da waren. Nur einen Barracks gefallen. Okay. 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 Ich kann doch mal sehen. Wenn ich noch ein paar komme. Okay. 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 All die AFK. Okay. Alright, because that's what you focus on. What have you attacked? What have you done? 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 What have you done?